Christian, ich bin der Stefan, komme aus Allershausen und bin 28 Jahre alt. Vom Beruf her bin ich Spangler und in der Freizeit schraube ich an meinem Adam oder schaue, dass ich ihn auf die Straße bringt zum Fahren. Wir haben einen Club, die OPC 3 aus Bayern, der uns jetzt schon 140 Mitglieder haben und wir haben stetig kontinuierlich erwachsen. Wir schauen, dass wir aktiv haben, wir schauen, dass wir in den Berg reinfahren, um die Autos zu fahren und nicht bloß in der Garage stehen zu haben oder auf irgendwelchen Treffen. Und wir versuchen die Connection und die Kontakte zu anderen Clubs zu pflegen. Wir haben schon andere befreundete Clubs wie Rosenheimer oder Erdinger, wo wir auch nächste Woche am Samstag zum Beispiel auf dem Treffen haben. Mein Adam ist ein Adam S und hat den leistungsstärksten Motor, der serienmäßig verbaut wurde. Er hat 150 PS bei 1,4 Liter Turbo. Dieser Adam ist auch gut ausgestattet mit Recaro Sportsitzen, Sitzheizung, Lenkradheizung, Navigationssystem, Klimaautomatik und der Heckspoiler. Der Heckspoiler ist bei der Sportversion dabei. Meine beste Geschichte bisher mit dem Auto hatte ich bei German Race Wars in Eisenach. Vor eineinhalb Jahren bin ich dort das erste Mal die vierte Meile gefahren. Mein Kontrahent war damals ein guter Freund von mir, der ebenfalls einen Adam S fährt und 190 PS hat. Am Start sind wir ziemlich gleich losgekommen, aber zum Ende hin habe ich dieses Rennen dann auch gewonnen. Danach bin ich G&H Astra OPC gefahren, dieser hatte 330 PS. Der am Start weniger schlechter weg kam wie ich durch seinen 2 Liter Motor, aber zum Ende hin hat er mich überholt und ist auch gut weggezogen. Zukünftig werden wir versuchen, dass wir weitere Treffen anfahren, auf denen die Möglichkeit besteht, dass wir Viertelmeilenrennen fahren können. Da wir selbst dann unsere Fahrzeuge schrauben und auch die Leistung erweitern wollen, wollen wir dann auch schauen, wie wir uns gegen andere Fahrzeuge schlagen. Bis zum nächsten Mal! Schauspiel 2 1 2 1 3 6 3 Untertitelung. BR 2018 Was ich an meinem Auto mag, sind die 200 PS und die 370 Newtonmeter bei 1100 Kilo. Darüber hinaus besitzt eine Drexler-Membransperre aus der Corsa OPC Nürburgringetrischen. Was mir nicht ganz so passt, ist, dass die Sitze auf Komfort sind und du recht hoch sitzt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018